Stefan, Stefan Kuhn leitet Lokales und Regionales, die mit Abstand größte Redaktion im Haus. Ist wie lange bei der FR, Stefan? 25 Jahre. 25 Jahre, vieler länger. Stefan, warum macht man eigentlich einen Redaktionsschluss? Ja, so schlimm es ist, die Leser sind dran schuld. Wir brauchen einen Redaktionsschluss, damit die Leser am anderen Morgen ihre Zeitung im Briefkasten finden. Und damit sind wir nämlich schon bei einer Sache, wenn Sie sich manchmal fragen, warum Dinge nicht in der Zeitung stehen, die vielleicht abends spät noch im Fernsehen gekommen sind. Der Grund ist, wenn Sie in der Zeitung stünden, wäre die Zeitung nicht bei Ihnen. Der Redaktionsschluss, den wir machen, das heißt der Punkt, an dem wir nichts mehr in der Zeitung verändern dürfen und die Zeitung in den Druck geht, richtet sich nämlich nur danach, dass die Zeitung am nächsten Morgen bei Ihnen im Briefkasten liegt. Das wird wie berechnet? Es gibt ja noch nicht mal einen Redaktionsschluss. Wir haben ja, ich glaube, schätzungsweise sieben oder so, je nachdem, wie man es rechnet, den ganzen Tag über verteilt. Und berechnet wird es schlichtweg aus dem zurückberechnet, wann müssen Leser ihre Zeitung im Briefkasten haben und wie lange braucht der Vertrieb, um die Zeitung dorthin zu bekommen und vorher die Druckerei, um die zu drucken. Und danach bleiben dann wir üblich, das wird bei dem sich errechnet, ja, jetzt müsst ihr aber Schluss machen, sonst macht ihr zwar nicht volle Zeitung, aber niemand liest sie mehr. Der Vertrieb rechnet also von ganz hinten angefangen, vom Austräger in der Zeitung. Wie lange braucht der, um seine Zeitung in zweieinhalb Stunden, drei Stunden auszutragen, sodass möglichst die letzte Zeitung, die vom Träger gebracht wird, um ungefähr sieben Uhr morgens im Briefkasten steckt, spätestens. Das heißt, wenn der Träger drei Stunden arbeitet, muss er um vier Uhr anfangen, kurz nach vier, die Zeitung auszutragen. Das heißt wiederum, die Zeitung muss, damit der Träger anfangen kann, seine Zeitung auszutragen, von dem Lieferwagen dahin gebracht werden, wo der darauf wartet, dass sie kommen. Dieser Lieferwagen braucht eine gewisse Zeit von einem Verteilzentrum, je nachdem, wo es ist, oder direkt von der Druckerei, das ist aber seltener. Von der Druckerei muss ein LKW zum Verteilzentrum fahren und diese ganzen Sachen rechnen unsere Logistiker durch und kommen dann zu dem leider für uns manchmal sehr ärgerlichen Ergebnis, dass eine Zeitung, die nach Kiel geliefert werden soll und dort am nächsten Morgen im Briefkasten sein soll, bei uns um 17 Uhr die Redaktion verlassen muss. Der einzige Grund, sonst wäre sie nicht am nächsten Morgen in Kiel, sonst wäre sie übermorgen in Kiel und das hilft eben niemandem. Wann haben wir Redaktionsschluss mit unserer spätesten Ausgabe? Theoretisch 0.30 Uhr, wobei wir zugeben müssen, meist machen wir etwa um halb zwölf Schluss, weil danach nichts mehr passiert. Also kann man schon sagen, nach 23.30 Uhr ist in der Regel die Zeitung fertig und wird nur noch, wenn dann ein Brand- und Großfeuerunfall passiert, Rücktritte von Oberbürgermeistern, mitten um Mitternacht. Ansonsten haben wir auch in der Politik um die Zeit praktisch keine Nachrichten mehr, außer aus den USA, wo der Tag dann ja am Laufen ist, aber das bewegt uns nicht so, sodass wir mit der Stadtausgabe, das ist die letzte Ausgabe, die wir fertig machen, eigentlich immer alles drin haben. Nicht alles drin haben wir, das merken Sie auch, wenn eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Kanada ist und das Spiel geht halt erst um 1 Uhr morgens los, dann ist es eben nicht drin, aber dafür haben wir ja FNR Online oder unsere App, da kann man es dann am nächsten Morgen lesen. Naja, die haben halt permanent Redaktionsschluss oder auch nie, wie man es interpretiert. Das merkt man auch an der Arbeit, die fangen morgens um 6 Uhr an und hören abends eben, oder vielmehr am nächsten Morgen nach Mitternacht auf. Das ist eben ein völlig anderes Arbeiten in der Zeitung. Wie plant man denn so eine Zeitung, der sie zum Redaktionsschluss fertig ist? Planung läuft im Prinzip ja permanent, weil man ja immer guckt, was liegt an, welche Termine stehen an, welche Gedenktage sind. Rundschau zum Beispiel, Perfekt war halt schon einige Wochen vorher anzuplanen oder zumindest eine wie bei uns jetzt und das überschneidet sich mit den Dingen, die tagesaktuell kommen. Und man hat schon ein Grundgerüst, mit dem man weite Teile der Zeiten füllen kann. Man hat ein Vertrauen, man weiß, man hat ein gutes Team und jeder aus diesem Team und jede liefert etwas aus den Themenbereichen, die er oder sie betreuen und hat dann eine Abschrätzung, wie viel man füllen kann. Und dann spricht man morgens in einer Redaktionskonferenz sich ab, macht einen wunderbaren Plan und weiß eigentlich schon von vornherein, dieser Plan wird so nie wirklich kreist, weil sich zwischen 10 Uhr morgens und dem Abend 18 Uhr fast alles ändert. Deswegen sind wir auch so gelassen, wenn bei unseren Leserfesten die Seebühne zu lange beinahe hat oder sonst was nicht funktioniert, weil wir zwar sehr strukturiert durch den Tag gehen, aber weil man eben die Ereignisse nicht vorhersehen kann, eigentlich das ständige Improvisieren und den U-Plan gewöhnt sind. Wobei ich immer meine, ein guter Plan ist die halbe Praxis, sofern man denn dann willens ist, diesen Plan auch allen aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Dieser Redaktionsschluss hat übrigens bei der Arbeit noch einen unglaublichen Vorteil, man muss fertig sein. Was man bis dahin nicht geschafft hat, schafft man auch nicht mehr, deswegen hilft es auch nicht, wie die das sicher aus ihren Berufen zum Teil kennen, wo man dann einfach länger arbeiten muss, um fertig zu werden und dann wird es halt mal acht oder halb neun und man ruft an und heute Abend bin ich wieder nicht zu Hause. Das passiert bei einer Zeitung überhaupt nicht. Bei einer Zeitung muss halt fertig sein und gedruckt werden und dann hat es mal mit der Arbeit fertig. Es gibt eine Ausnahme, das war jetzt unsere Jubiläumsbeilage, die ging allerdings jetzt doch ein paar Abende bis elf. Aber ansonsten ist das einer der großen Vorteile, man hat einen totalen Druck zum Teil, weil es eben fertig sein muss, aber man ist dann eben auch fertig. Ich glaube, das sehen manche Leute anders, weil man wird eigentlich in dem Beruf nie fertig, weil es gibt ja immer noch was zu tun, weil die Zeitung ist ja zwar einerseits Aktualitätsgetrieben, man macht das, was heute anliegt und der Leser will es morgen lesen, die Leserin. Gleichzeitig allerdings ist es eine Zeitung, die nur noch die aktuellen Nachrichten liefert, tatsächlich eine Zeitung, die niemand mehr braucht, weil man das alles schon im Fernsehen gesehen hat in der Tagesschau. Spannend wird es ja dadurch, dass wir eben auch Themen haben, die latent aktuell sind, die untergehen würden und die wir zum Thema machen. Und da wiederum, da wir die selber setzen, diese Themen, sind natürlich Journalisten, die an diesen Themen hängen, mit denen die wichtig sind, auch in der Gefahr, quasi auch nach Feierabend noch darüber nachzudenken, noch mal irgendwo hinzugehen, zu einem Termin, um noch was zu recherchieren, noch zu lesen und können eigentlich auch, wenn sie wollen und nicht aufpassen und um die Uhr abhalten. Insofern war das von mir auch fürchterlich geschönt, weil wenn wir die Seiten fertig haben für die erste Ausgabe um 17 Uhr, dann machen wir noch so eine Art Vernissage. Das werden Sie dann oben auch sehen im Konferenzraum. Da werden die Seiten dann angehängt und noch mal geguckt, was man besser machen kann für spätere Ausgaben, was erneuert werden muss. Und dann ist es natürlich doch nicht so, wie ich das geschönt gesagt habe, dass alle einfach nach Hause gehen und fertig sind, sondern dann setzt man sich zusammen und überlegt, was kann man morgen schon machen, was kann man für morgen vorbereiten, muss man schon auf irgendwas achten, irgendwo Fotografen morgen hin schicken, all solche Sachen. Denn die eine wirklich schwierige Sache im Journalismus ist ja, wenn man als Schreiber was verpasst, kann man immer noch mit jemandem reden, der dabei war und sich das erzählen lassen. Wenn man als Fotograf irgendwas verpasst, das Foto ist weg. Vielen Dank.